Ja, und willkommen zurück zum 30. Part von Legions of Arana, dem Addon zu Dungeon Siege 1. Ja, wir gehen gleich weiter. Was ich noch kurz zeigen wollte, ist, mein Hauptcharakter ist inzwischen aufgestiegen zum Großmagier, dann haben wir hier einen Ritter, Ritter und einen Krieger, dann haben wir Zauberer, Magier, Magier, Scharfschützer. Und das Spiel, Schwierigkeitsgrad, schwer, wie immer, und es geht weiter, ich werde hier die Tiere beschwören, und dann schauen wir mal, ich schalte das Mikro wieder aus, bis später. Was gibt's? Hier bin ich Ich schalte Ich schalte Ich schalte Ich schalte Ich schalte Ich schalte Wir sind wir Willkommen Keine Sorge Keine Sorge. Haltet ihr das wirklich für klug? Haltet ihr die Gefahr? Jawohl! Einen Menschen, die Sieg und die Schmutzung haben. Ich werde nicht sagen, dass Sieg und die Schmutzung haben. Das ist nicht so schön. Ich verstehe mich nicht. Ich werde es tun. Ein guter Gedanke. Ein guter Gedanke. Da habt ihr recht. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein guter Gedanke. Ich werde es versuchen. Ich dürfte nichts. Ich werde es versuchen. 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 Für die Ehre. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Das war's für heute. Ich werde es versuchen. Kann trotz meiner Größe leise sein. Das war's für heute. 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 Dieser Ort ist. Das war's für heute. Das war's für heute. Aber natürlich. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich möchte... wiedersehen. Ich werde... tun. Das war's für heute. Ich... Ich werde... Ich werde... Punkte dazu... ich... schon schön... da... Ich... mal hier... das... machen... Ich... war's für heute... Ich... 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 Das war's. Das war's. Habt ihr das gehört? Nadulo ist stets zu Diensten. Verlasst euch auf mich. Jawohl. Verlasst euch auf mich. 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 Für den Raum. Wird erledigt. Wird erledigt. Wird erledigt. Ich werde es tun. Wird erledigt. So sei es. Wird klar. Ein guter Gedanke. Jawohl. Ich werde es tun. Jawohl. Zurückbleiben. Natürlich. Wird erledigt. Ich habe genug von diesem Ort. Ich werde es tun. Jeroe. Das ist ein guter Gedanke. Wird erledigt. Es ist ein guter Gedanke. Wird erledigt. Sofort. Sofort. Also, den haben wir erledigt. Der versunkene Tun ist erledigt, der heilige Wächter. Wir haben ihn auch erledigt. Das wäre auch erledigt, das wäre auch erledigt, das auch. Naja, ist ja ein Fehler, aber das habe ich schon mal erwähnt. Was erwartet uns da draußen jetzt bloß wieder Vergegner? Gehen wir mal mit der ganzen Gruppe raus und schauen mal an. Wir sind uns da draußen, weil sie nicht öffnen sind. Ich werde mein Bestes geben. Hier hatten wir da nicht so einen Auftrag, Sonderlieferung am Strand, zu Xulfais Bucht Reisendschaf einen Brief zu geben. Ist das Xulfais Bucht hier? Xodpas? Nein. Wie schaut das aus? Geh mal am Strand entlang. Ich fühle die Gefahr. Wird erledigt. Wird erledigt. Wird erledigt. Wenn es sein muss. sein muss ja Da haben wir recht. Wir sind schon zu lange untätig. Wir sind schon zu lange untätig. Natürlich. Ich werde es tun. Ja. Aber natürlich. Ja. Haltet ihr das wirklich für klug? Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dieser Ort ist verrufen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich wusste nicht genau, wo er ist, aber jetzt hier zufällig, mehr oder weniger, habe ich ihn gefunden Wie gesagt, diese zwei sind Mach ich vor irgendwas falsch im Tagebuch Im Auftragsbuch hier Das ist erledigt Der Horror des Hohenmeisters war auch erledigt Jetzt kommt nur noch Sonderlieferung Und der Stab der Sterne Ja, folgt dem Shadowjumper Das denke ich, das stimmt Den haben wir nur ein paar Mal angetroffen, aber das war noch nicht Oder Shadowjumper ist glaube ich auch unser Endgegner Also der wirkliche Effektive Entgegnis Vom ganzen Spiel Wunderbar Jawohl Ich werde es tun Ich werde es tun Ihr Ende ist frei Ein guter Gedanke Sofort Sofort Weiß ja nicht Sofort Sofort Idee Was Sie Wie Sie Wunderbar Sie Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich weiß nicht genau, ob der irgendwas noch bringt, außer dass die Nahkampffähigkeit um zwei Punkte gesteigert wird. Aber ich lasse hier bei ihm diese Rüstungspunkte. Das scheint mir wichtiger. Wir haben ja vorhin gesehen, in der Höhle mit diesen Wiedergängern, die waren eigentlich für sich schon recht stark. Ach, da kann man nichts sagen. Was ist das? Auch weg mit dem. Also. Haben wir hier alles? Ja. Meinetwegen! So. Und dann werde ich hier mal speichern wieder. Stunde ist rum und das nächste Mal geht es dann irgendwo in diese Richtung. Moment, speichern, das war Video 30, denke ich, 29, ja. Okay, dann sehen wir uns vielleicht das nächste Mal wieder. Bis dann! Und dann gibt es係гов ketogen. Und dann bölge ich mich jetzt ноч mal super.